Seit Ende 2022, also seit kurzem, steht vor dem Humboldt-Forum ein Tor aus rötlichem Sandstein. Um was für ein Tor handelt es sich? Wer hat es dort aufstellen lassen? Welche Geschichte verbirgt sich dahinter? Und welche Symbolik? Bei dem Tor handelt es sich um die Replik eines altindischen Tores, des berühmten Osttores von Sanchi. Das originale Tor ist Teil eines der ältesten und bedeutendsten erhaltenen buddhistischen Heiligtümer in Indien und zählt seit 1989 zum UNESCO-Welterbe. Der Beginn reicht bis ins dritte Jahrhundert vor Christi zurück, in die Zeit des Kaisers Ashoka, der als erster großer Förderer des Buddhismus in Indien gilt und den Sanchi-Stupas auf einem Hügel errichten ließ, in denen Reliquien Buddhas aufbewahrt und verehrt wurden. Im ersten Jahrhundert vor Christi erhielt der größte Stupa der Anlage vier prächtige, mit üppigen Bildschmuck forzierte Eingangstore nach Osten, Süden, Westen und Norden hin, die in den ihnen umgebenden Steinzaun eingefügt wurden. Das Osttor, das hier abgebildet ist, war der Haupteingang. Nach der fast vollständigen Verdrängung des Buddhismus in Indien bis zum 12. Jahrhundert geriet die Anlage in Vergessenheit. Im 19. Jahrhundert entdeckten und erforschten britische Kolonialbeamte die Anlage und bis 1870 wurde vor Ort ein aus vielen Komponenten bestehender Abguss des Osttors für das South Kensington Museum in London, das heutige Victoria and Albert Museum, erstellt. Das South Kensington Museum wiederum fertigte in London mehrere weitere Kopien an, um diese dann an andere europäische Museen zu verkaufen. Eine solche originalgetreue Nachbildung aus Gips wurde 1886 auch vom Museum für Völkerkunde Berlin erworben. Die über 100 Komponenten dieses Gips-Exemplares befinden sich heute im Außendepot des Museums für asiatische Kunst. Nachdem bereits im Jahr 1970 für das Asiatische Museum in Dahlem eine Replik aus Kunststein erstellt worden war, hatten vor etwa fünf Jahren die Gründungsintendanten des Humboldt-Forums die Idee für die Ausstellung einer weiteren Replik des Tores. Den Auftrag dafür erhielt das Bamberger Natursteinwerk Hermann Graser im Januar 2022. Die fränkische Firma hat schon am Bau des Humboldt-Forums bei mehreren Portalen mitgewirkt und die geschwungenen Steinbänke neu gestaltet. Zwei Monate nach Auftragsübernahme hat die Firma Graser im Museumsdepot die Gipsabdrücke des Tores mit einem 3D-Scanner gescannt und dann im Computer als 3D-Modell zusammengesetzt. Mit den digitalen Daten wurde ein Roboter programmiert, der die Form grob ausgefräst hat. Anschließend haben bis zu zehn Bildhauer und Bildhauerinnen die Details wie Gesichter, Blätter und Ornamente herausgearbeitet. Beteiligt waren auch zwei Bildhauer aus Indien. Es war also eine Herausforderung, das Tour innerhalb eines Jahres her- und aufzustellen. Verwendet wurde sogenannter Roter Main-Sandstein aus Röttbach in Unterfranken, der eine feine Körnung und homogene Farbgebung hat und dem originalen Sandstein in Indien sehr nahe kommt. Die Reliefs erzählen zumeist Legenden aus der buddhistischen Überlieferung, wie zum Beispiel den Traum von Maya Devi, der Mutter Buddhas, von einem weißen Elefanten, der ihre rechte Körperseite berührt und ihr die Geburt eines starken Sohnes ankündigt. Eine andere Szene zeigt den Auszug Buddhas aus dem Palast, um fortan ein asketisches Leben bis zur Erleuchtung zu führen. Eine Darstellung Buddhas in menschlicher Gestalt war damals noch nicht üblich. Daher ist seine Präsenz in verschiedenen Formen, zum Beispiel als Stupa, Rad, Fußabdruck oder Lotosknospe, abgebildet. Die Freifiguren stellen menschliche Figuren, wie Wächter, Diener, Reiter oder tierische Figuren, wie Elefanten, dar und sind somit vor allem hoheitlich gemeint. Aber es ist auch eine Yakshi, ein weiblicher Naturgeist, dargestellt. Bestimmte Merkmale der Yakshi-Figur, wie ihr lächelndes Gesicht, ihre Nacktheit und Üppigkeit, assoziieren Fruchtbarkeit. Die Yakshi wird in der Regel mit einer Hand, die einen Ast berührt, in einer geschwungenen Pose dargestellt. Yakshis spielten in frühen buddhistischen Monumenten eine wichtige Rolle als dekoratives Element und sind in vielen alten buddhistischen Ausgrabungsstätten zu finden. Es fällt auf, dass das Tor nicht vollständig ist, dass Teile fehlen. Es handelt sich hier um eine archäologische Kopie, das heißt Fehlstellen und Verwitterungen wurden originalgetreu nachgebildet und nicht ergänzt. Dabei gab es allerdings eine Herausforderung. Das Tor in Indien hat sich witterungsbedingt inzwischen weiter verändert und weist nicht mehr den Zustand wie die Kopie von 1870 auf. Deshalb hat eine Kommission von Expertinnen und Experten zusammen mit der Bamberger Firma entschieden, wie jeweils vorzugehen sei. Das Tor, das jetzt hier vor der Kopie der Barockfassade des Berliner Schlosses steht, ist der eigentlich eine Kopie der Kopie der Kopie des Tores und zeigt den Zustand des Tores von 1870. Klingt kompliziert, aber wer meinen Ausführungen gefolgt ist, versteht wohl, was ich meine. Das Tor ist etwa 11 Meter hoch und 150 Tonnen schwer. Finanziert hat die 1,6 Millionen Euro für das Projekt die Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss. Das Sanchi-Tor soll auf die Ausstellung im Asiatischen Museum im Humboldt Forum aufmerksam machen, Publikum anlocken und Glück bringen. Der indische Botschafter zeigte sich bei der Vorstellung erfreut. Das Sanchi-Tor stehe nun im Osten als Pendant zum Brandenburger Tor im Westen, als schönes Symbol der Verbindung von Ost und West überhaupt. Schließlich entspreche das auch der in der Bildersprache des Tores vermittelten Botschaft des Buddha von Frieden, Mitgefühl und der Liebe für alle Lebewesen. Das Verständnis von den Völkern der Welt als einer Familie. Ein schönes Schlusswort, dem ich nichts mehr hinzufügen möchte. Wie immer freue ich mich über Kommentare, eine Unterstützung meines Kanals und wer keine weiteren Berlin-Videos verpassen möchte, abonniere doch bitte meinen Kanal. Alles Gute und bis dann. Ciao. 1. 2. 5.